Heute stehen Sie hier, Rudi Wirtheuer, 80 Jahre und Manfred Josen. Bitteschön! Du bist schon! Bitteschön! Und nun viel Spaß mit dem Josen-Bio Plus 2. Wir haben kein Pio-Misten gefunden, sonst wären wir im Quartett gelandet. Aber wir haben alles ausprobiert und haben immer gestritten und gesagt, jetzt sind wir zertritt geblieben. Nehmt eine Klassik, da hat jeder Klassik studiert und nebenbei, das war das Hobby und das war nicht nur Hobby, das hat uns einen Spaß gemacht damals in den 50er Jahren. Und dann haben wir festgekriegt und schauen, dass wir da Stücke abschreiben können. Einfach Schallplatten, da habe ich nichts gehabt, gar nichts, damals hat es ja nicht gegeben wie jetzt, weil heutzutage, wie ein Wahnsinn, da gibt es ja alles, ich kann ja alles ausprobieren, aber da muss man nur hören, wie sich Schallplatten abschreiben und nachspielen. Das war viel Arbeit, aber lustig. Wir haben überall schon gespielt, dann auf Jazz-Festivals in ganz Europa. Ja, dann sind wir auseinandergekommen, nach 20 Jahren, ich bin nach Wien und dann habe ich ein Kollege verrichtet und Universität und so. Aber dann hat jeder trotzdem noch weitergespielt, auf der anderen Seite, auf der Jazz-Seite. Und irgendwie sind wir wieder zusammengekommen und es hat immer Spaß gemacht. Kurzmusik habe ich eingespielt bisher. Alles mögliche, mit der steinischen Harmonika, damals noch eine Spur, da unten auf der Südsteiermark Hochzeiten gespielt, alles mögliche. Nur steinische Harmonika und so. Ja, aber das ist ja, wenn man Musiker sein will, dann muss man eine Freude haben. Das muss einem einen Spaß machen, weil sonst geht es nicht. Sonst kommst du nicht zum Zweck. Und irgendwie musst du natürlich auf. Und die anderen musst du auch aufmachen, weil die anderen spielen, dass du auch so, dass du noch ein bisschen besser wirst. Das war nochmal. Weil wir haben sich ja auch ein paar gespielt hat. und von Sintzik, von Sintzik, das ist ja, das müssen wir fahren, wir machen es auch nicht mehr. Dann spiel ich nur in Wolfsbech. Das sind Schwarzaug und Schwarzauteile. Das ist ein Stück nördlich von Wolfsbech. Dann spiel ich nicht mehr. Dann spiel ich nicht mehr. Dann spiel ich nicht mehr. Dann spiel ich nur mit meiner Jazzgruppe. Ich habe ein paar, zwei, drei in Wien. Das ist die steirische Partie. Es wird alles zu tun. Es wird alles zufrieden. Es wird alles zufrieden. Es wird alles zufrieden. Vielen Dank.